Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Channel, schön, dass du wieder eingeschaut hast und heute habe ich eine weitere Creations für euch, beziehungsweise eine weitere Welt, die wir uns zusammen angucken und ja, alle Links stehen unten in der Beschreibung, wo ihr auch downloaden könnt, falls ihr euch das Ganze gefällt und falls ihr selber eine Map habt, könnt ihr mir die natürlich auch schicken, direkt an meine E-Mail oder hier steht mir einfach den Link zu einem Download unten in die Beschreibung. Kann natürlich sein, wenn ihr die Welt nicht selbst gemacht habt, dann könnt ihr mir einfach irgendeine schicken, die ihr schön findet. Na gut, gucken wir uns das Ganze mal an. So, wir können hier jetzt hochgucken und wir sehen, hier sind richtig coole Häuser und wir müssen jetzt hier bei die Brücke und wir lesen mal hier die Schilder. Shellwater Hills by Ancient Mariner und da steht noch, cross the bridge to enter maybe. Vielleicht also. Ja, wir können jetzt hier rüber gehen und gucken auch mal, wo es da hingeht. So, hier ist ein kleines Parcours, das heißt, vielleicht gibt es hier auch ein paar Aufgaben, ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, ich fand die ganze Map mein Außen ganz toll, ich gucke die mir vorher nicht an, ich gucke die mit mir euch zusammen an, wie ich das immer mache. Und ich denke mal, das kam auch bis jetzt ganz gut an. Looks like this entrance has been abandoned for some time. To enter a turn around, look for sim. Ach, da ist ein Schild, okay gut. Dann geben wir zu diesem Schild, ja und da steht drauf entrance, bring to a tower. Und dafür müssen wir dann hier hochgehen, denke ich mal. Nicht. Ne, irgendwo hier oben muss das dann sein. Ach, guck mal da. Hier ist eine Hürde. Okay. Ach, hier ist eine Leiter, okay. So, jetzt können wir ins nächste Stockwerk gehen anscheinend. Und dann sind wir hier oben. Ne Aufgabe. Ach, hier können wir einfach durchgehen, okay. Da ist tatsächlich so ein Geheimgang. Ähm, jetzt sind wir anscheinend in einem Tower drin oder so. Und guckt einfach mal, wie geil das gemacht ist mit diesen ganzen Balkonen und so. Richtig coole Häuser hier. Sieht richtig nice aus. Und wir gehen einfach mal durch. Anscheinend müssen wir sogar hier lang gehen. Ähm. Ach, hier ist ein Hundi. Hallo Hundi. Oh. Ähm, gut. Sogar alles eingerichtet hier mit Bildern. Guckt einfach mal, wie geil das aussieht. Das ist ein gigantisches Haus. Wir gucken uns gleich auch nochmal von außen an. Wir gucken uns einfach mal hier drinnen mal um. Hier kommt ein zweites Stockwerk. Ist eine ziemlich coole Map eigentlich. Ähm. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr lieber mögt. Ob ihr jetzt lieber so Creations mögt oder Adventure-Maps. Guckt einfach mal, schreibt einfach mal in die Kommentare drin, welche wir demnächst mal das dementsprechende raussuchen. Diesmal habe ich wieder eine Creations draus gesucht, weil ich die einfach richtig cool finde. Aber kann natürlich sein, dass ihr Adventure-Maps vielleicht eher mögt. So. Hier haben wir noch eine kleine Küche mit hinten drin. Auch ziemlich cool. Dann hier wieder ein riesengroßer Balkon. Ich finde einfach, diese Map ist einfach mega nice. Hier haben wir da gut. Hier ist ein kleiner Fehler, glaube ich. Könnte so ein kleiner Fehler sein. Hier haben wir ein riesen... Ne, ist das eine Bar? Das ist eine Bar. Auch ziemlich cool gemacht. Alles ordentlich eingerichtet. Hier kommen wir dann wieder raus auf dem nächsten Balkon. Und wir gucken einfach mal das Ganze von oben an, damit ihr mal seht, wie riesig dieses ganze gigantische... Ja, Schloss kann man schon fast nennen eigentlich ist. Hier, guckt euch das einfach mal an, wie groß es ist. Und es hat bestimmt mega lang gedauert, das zu bauen. Guckt einfach mal, wie groß das ist. Unglaublich, oder? Da kamen wir gerade rüber. Ich könnte mal hier oben in den Garten reingucken. Haben die den hier auch eingerichtet? Tatsächlich. Hier ist es auch eingerichtet. Hier oben kann man runtergehen. Hier unten sind dann ein paar Felder. Das ist eigentlich mega gut gemacht, das Ganze. Boah, ja, richtig cool. Hier geht man runter zu den Feldern. So, dann ist hier so ein kleines Haus mit den Feldern. Obwohl das ganz oben auf dem Dächern ist. Hier gibt es alles mögliche. Hier haben die sogar anstatt über dem Wasser so Treppenstufen, wo man das Wasser nicht sieht. Ja, da ist das Wasser drunter. So. Kisten können wir ja hier nicht reingucken. Aber, ach nee, wir können gar nicht in Survival schalten. Da gucken wir jetzt nicht rein. Ich denke mal, da wird auch nichts drin sein, so großartig. Und hier hinten ist sogar ein ganzer Marktplatz. Wenn wir jetzt hier nochmal runtergehen. Genau, hier ist nochmal eine ganz lange Hürde. Da kommen wir jetzt tatsächlich zu einem riesengroßen Marktplatz. Also hier ist es richtig viel Mühe drauf gegeben worden. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. Joa, jetzt haben wir hier so einen ganzen Marktplatz. Da können wir uns sicher auch Sachen drinnen. Gucken wir jetzt nicht rein. Könnt ihr selber machen. Und, ja, gehen wir hier mal weiter. Da geht schon in die nächste. Das ist wie eine richtige Stadt. In den Berg gehauen. Das ist eigentlich richtig geil. Und hier waren wir sogar schon. Also man kommt jetzt tatsächlich wie am Anfang zurück später. Wir gehen jetzt mal, wir versuchen jetzt nochmal in die Richtung zu kommen. Oder kamen wir überhaupt her? Keine Ahnung, in die Richtung. Ne, keine Ahnung, ob ich hier in der Richtung schon war. Ne, hier war ich noch nicht. Ja, jetzt kommen wir hier über eine große Brücke. Vielleicht ein bisschen drüber auf der anderen Seite. Da waren wir schon. Hier haben wir nochmal so eine große Küche. Auch so. Und jetzt können wir hier an die Wand lang gehen. Hier geht es nochmal hoch. Da waren wir gerade nicht. Ja, waren wir da gerade? Waren wir da gerade? Ne, hier waren wir nicht. Hier ist also nochmal so ein großer Tempel. Auch richtig nice. Und in dem Tempel ist ein Geheimgang drin. Da gehen wir auch mal rein. Mal gucken, wo es uns hinführt. So. Wir sind in irgendeinem Gang gelandet. Ziemlich große. Boah, das ist ja auch richtig geil. Einfach so Riesenbalkone in die Mitte der ganzen Stadt. Auch cool. Und ja, ich glaube viel mehr zeige ich hier jetzt auch gar nicht. Ich denke mal, das Prinzip des Ganzen ist sozusagen verstanden. Beziehungsweise ich habe es grobe mal so ein bisschen gezeigt. Wir sind mal ein bisschen rumgegangen. Auf jeden Fall richtig cool. Wenn ihr wollt, dass wir mal Adventure Maps, dass ich mal Adventure Maps vorstelle, dann schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare. Und lasst mir doch ein Like da, wenn euch die ganze Map gefallen hat. Wenn die Map euch nicht gefallen hat, lasst mir einen Kommentar dazu da. Und ja, wenn ihr bis zum nächsten Mal auf meinem Channel bist und solche Maps magst, unter Modvorstellungen, alles mögliche, so in die Richtung, was MCPEE-Info angeht, dann lasst mir doch noch ein Abo. Da würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020